Nee, ich will jetzt in meinem Kreis laufen. Ja, stell dich jetzt fest. Aber er hat sich doch nicht geändert. Hä? Moment, zurück. So, jetzt mal ganz geschmeidig, gehen wir mal hier durch. Und dann wieder hier. Von da sind wir halt kommen. Die ist zu. Okay. Sagt nichts. Sagt einfach nichts. Stell dir vor, er sagt mir, ich sei neu im Geschäft. Ich arbeite mit allen Farben außer Grün. Was zum Teufel soll denn das heißen? Wie lag jetzt das Symbol in? Sowas wie Grün-Schnabel. Er sagte, ich würde Grün nicht benutzen. Alles weg. Verdammt, ich dachte, ich habe ihn schon erledigt. Lad mal nach, Junge. Toll, jetzt muss ich an einen Seite geschossen werden. Verdammt. Ich liebe dieses Bulle-Teil. Oh, leergeschossen. Er hat aber knapp sein. Ja. So, links, rechts, wo lang? Da ist zu. Da ist zu. Hier nochmal rein. Toll, Konferenzraum, wie das aussieht. Nichts. Boah. Nein. Nein. Okay, dann sagen wir mal, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Haben alle erledigt? ...2 Officer und mehrere Häftlinge. ... wird einen Tim Bravura betont, dass Sex bewaffnet und extrem gefährlich ist. Das NYPD geht Hinweisen nach, dass Sex Helfer unter den Beamten gehabt haben soll. Ebenfalls vermisst wird Detective Max Payne, der bereits vom Dienst suspendiert war und gegen den wegen früherer Vergehen und mutmaßlicher Verbindungen zu Sex ermittelt wird. Ich bin schon ganz lieber. Ach komm, lügt doch nicht, Junge. Mädchen. Machen wir aus hier. Spart Strom. Hm, dann kann ich nicht ausmachen. Tö, 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 tö. Ach, aber eins muss ich euch mal ganz ehrlich sagen. Es ist schön, wieder Wochenende zu haben. Endlich mal wieder. Zwei Tage und nicht arbeiten müssen. Ach, guck mal, eine Treppe. Ne, ich mach den mal hier hoch. Speichern natürlich erstmal wieder. Ey, ich hab die Schnauze voll davon, immer wieder hier x mal rumzulaufen. Na. Und nochmal ein neues zu machen. Kann man da durch? Ach toll, die ist abgeschlossen. Ganz ruhig. Hier. Machen fertig! Machen fertig! Okay. Hätten wir jetzt auch nicht so einen Fertig machen? Oder war das nicht für mich hier bestimmt? Autsch! Autsch! Ah, oh! Ah, 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 ah! Ei, 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 ei. Hätte ja gleich Schmerz aufenden können. Komm. Ach nee, kann ja nicht mehr rutschen hier. So. Dann wollen wir mal weiter hier, ne? Lecker, lecker, lecker. Sieht's hier aus. Schöne Wohnung. Schöne Gegend. Ne, geht's nicht lang. Lass mich nicht lang. Hier geht gleich alles in den Hof. In Deckung! In Deckung! Boah, sah ich ruhig die Wand geflogen? Leer Schuss. Nein, mach ihn weg! Ah! Mann, ey, warum kriegt man... Ich will, ich will, ich will, ich will nach dem Bödi. Da kann man schön zoomen. Zu. Zoom, nicht zu. Das hier ist so eine nur über meine Leiche-Situation. Da ist ein Eindringling, möglicherweise auch mehrere. Aber hier kommt niemand lebendig vorbei. Okay. Lebendig nicht. Oh. Ja. Alter, was war denn das mal für... Waren die Büroräume mal oder was? Wo? Spring! Was? Yeah! Mensch, du warst wieder tot. Ich glaub's ja nicht. Meine Güte. Geht doch mal tot hier. Oh, doch mal. Yeah! Okay, da ist nichts mehr. Hallo, da unten. Nee, da ist nichts. Braucht mal eine andere, braucht mal eine andere. Da. Ui, die sind auch richtig voll hier, Mensch. Hopp. Bik hier richtig? Toll. Panzersicheres Glas, wie das aussieht. Vlad hatte gesagt, Cornetti schaltet seine Konkurrenten aus. Hatten die Cleaner deswegen Vlads Waffenlage ausgeräumt? Der Raum war voller illegaler Feuerwaffen. Genug für eine ganze Armee. Gib mir aber auch was ab. Mona, diese Typen sind bis an die Zähne bewaffnet. Absolut professionell. Von hier aus sieht das aber ganz anders aus. Was soll das heißen? Wow. Alter, wie viel Zunecknissen rum. Ja, Schmerzmittel. Gib mir Schmerzmittel. Dachte, ich hänge schon wieder fest hier. Ey. Toll, mit mehr komme ich nicht ran. Und immer weiter. Immer höher. Immer weiter. Immer weiter. Alter, die arbeiten hier. Ich hatte Angst, dass die Bude hier irgendwo zusammenbricht. Oh. Oh. Präzisionsgewehr. Wie ging das eigentlich nochmal? Mit welcher Taste? Warte mal, probier mal kurz. Also E und dann. Nee. Äh. Wie konnte man denn noch zoomen? Nee, wie ging denn zoomen? Hab ich vergessen. Ist auch letztes Mal egal. Wir nehmen erst mal ein paar Waffen. Hopp. Ja. Schön. Oh. Na hier möchte ich ja nicht stehen. Battle developer? Kein bisschen. Ha. Wie toll. Wo muss ich denn lang? Wow. Hier sind besser, Leute. Abgeschlossen. Muss ich denn lang? War die auch so stehen? Nee. Boah. Bin ja fast wieder tot. Scheiße. Was für eine schlechte Idee, wie der hat... Nein, lass mich leben, lass mich leben. Nein. Ach, ich kann... Nee. Das wäre ja tödlich. Hä? Hallo. Helft mir. Was ist das denn? Mit so einem Präzisionsgewehr. Ey, Leute. Ich kann da ja nicht da runterspringen, oder? Oder doch? Nee. Da komm ich doch her. Wenn ich da runterspringen, bin ich tot. Hä? Das Rad muss wieder hier rein, wa? Und... Ey, geh mal eine runter. Oh, ey. Ist er wieder mal richtig... Äh... Da ist zu. Ist er wieder mal richtig? Wo komm ich hierher? Ja. Sie... Hä? Hallo. Helft mir. Ich weiß nicht weiter. Da kann ich nicht hoch. Ah, doch, da komm ich hoch. Ja, hier, aber... Hä? Lalalalalala. Lalalala. Ja, hier ist irgendwas zu Bruch gegangen. Man hört's nicht. Wie war denn das? Wie komme ich denn weiter? Alter. Halte. Oh. Hm. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Mann. Oh, nee. Oh, ey. War das schlecht? Das war so schlecht. Boah, lauf, ey. Lauf, ey. Oh. Scheiße. Sind sie tot? Sind sie tot? Sind sie tot? Ja. Wer waren diese Typen? Toll, der ist erschossen. So was denn hier kommt? Ich hab so einige Typen von denen, weil ich weiß, ich weiß, wer die waren. Hä? Da komm ich doch auch schon her, wa? Glaub ich, hat das Ding nicht zerstören sollen. Naja, gehen wir halt mal hier lang. Speichern wir mal vorher nochmal ab. Ich hab ja fast gar nichts mehr an Schmerzmitteln. Mann, ey. Da trägt man ja auch jetzt hier. Scheiße. Scheißendreck. Immer höher, immer weiter. Hallo, Leute. Ja, warum? Oh, ich glaube, wir sind alle nackt rum hier. Oh, war das eine dämliche Idee wieder von mir. Scheiße. Wenn man sich mal verläuft, dann richtig. Oh, das könnte jetzt böse enden. Wacht doch die Tür nicht zu. Jetzt, äh. Wui. Uah. Ist er tot? Bitte, sei tot. Nein. Es war so klar. Scheiße. Wo sind wir denn jetzt? Ach Gott, seit langem erst mal hier. Oh, fuck. Oh, ich habe ein schlimmes Wort gesagt. Ah, verdammte Scheiße. Ich hab auch noch mal. Also hier links und geradeaus. Die Cleaner hatten die Overalls abgelegt. Das war ihr Revier. Nicht nötig, sich zu verkleiden. Ja, warum? Warum legt ihr eure Overalls ab? Negativ. Ich greife an. Oh. Tod. Oh, stimmt. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Oh, der war, oh, der war gut. Jetzt reicht es mir auch langsam hier mit euch. Ey, ich kriege die... Oh, drei Schmerzmittel. Ja. Schmerzmittel. Ich bin nicht Schmerzmittel gegangen. Nein. So mehr ist hier auch nicht. Ach, da, okay. Also da, die. Haufenweise Tote. Oh, was ist denn jetzt? Wie immer kannten die Toten alle Antworten, die ich brauchte. War nicht so, dass sie nicht reden wollten. Ganz im Gegenteil. Die Toten hatten viel zu erzählen. Ich wollte es nicht verstehen. Und sobald sie anfingen, würden sie nie wieder aufhören. Ihre Stimmen würden dich nachts vom Schlafen abhalten. Die Leichen. Sämtliche Beweise der Morde, die die Cleaner begangen hatten. Alle Antworten. Es würde Tage dauern, das abzuarbeiten. Mona, ich weiß, das klingt verrückt, aber du musst die Bullen rufen. Sie müssen herkommen. Stimmt. Du bist verrückt. Oh, yeah. Ich bin gerade aus der Haft geflohen. Ich würde dich doch nicht fragen, wenn... Fahr zur Hölle, Max. Mona? Verdammt. Haha, außer dacht man den Toten. Haha. Kapitel 3. In die Luft fliegen. Dieser Cleanerkram hat mich nachdenklich gemacht. Ich... Du bist nicht... Hey, da ist er! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Nein, Halt! Der Raum ist voller Sprengstoff! Feuer, Einstein! Oh, scheiße! Weg hier! Weg hier! Wer packt denn da Tote und Sprengstoff in einen Raum? Max! Was ist los? Ach, alle Chick-Mädel. Alle Chick hier. Das Gebäude fliegt in die Luft. Das ist los! Auch, bleib doch mal locker kleiner. Wow! Feuer! Dann wollen wir kurz hier mal... Speichern. Man weiß ja nie. Na toll. Wow, es brennt. Wow! Erschreckt mich doch nicht so. Meine Güte, aber auch. Guck mal, eine Wand. Ist frei. Äh, eine Tür. Ach so, ja. Oh, hat er eigentlich nur eine Waffe? Nein, 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 nein. Ja! Gib mir die große. Großkalibrige. Hopp! Kann ich da rüber? Na, ich geh lieber hier lang. Zack, zack. Aber ich will nur, dass man hier schon rausgucken konnte. Ach, nein. Wenn ich das schon wieder sehe. Oh, nee. Ach, da wird ja wie ein Grauen voll am Kampf. Ist das warm hier drin? Ist das warm? Oh, ich bin schon fast wieder tot. Ich glaub's ja. Wow, wow. Das war ein Beute, Jans. Oh, ey. Das war eine richtig effektive Heizung hier. Irgendwann diese Bam und Boom. Sag mal, sind wir hier in Krieg oder was? Es war ich nicht. оче, bis hier ist.